ja moin was geht gar wieder hier am stadt wir spielen Need for Speed Payback und ich zeige euch heute wo der Fundort des neuen stillgelegten Fahrzeuges ist es handelt sich hier um eine fair lady um eine geile fair lady ist der Vorgänger vom 350z für die die es nicht wussten in diesem findet ihr in dem ihr einmal die map aufmacht unten links spawnt an der Tankstelle hier und dann Richtung Stadt fährt ihr seht ihr schon hier ein bisschen funkeln da ist es schon in die Richtung fährt dann noch ins Auto einsteigt nach Hause fährt das war's und das Auto got euch das Auto selbst ist ein Racer Stärke 203 ganz am Anfang wie immer könnt ihr es auf 399 tun mehr brauche ich das nicht glaube ich zu sagen so Leute ich hoffe das Video hat euch weitergeholfen wenn ja dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da falls ihr Fragen habt zum Game oder sonst irgendwas gerne in die Kommentare rein Leute und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt wie Need for Speed Enfem Apex oder Forza Horizon 4 dann lasst ein Abo da ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag ganz wichtig heute um 22.30 Uhr stream ich wieder Enfem also in diesem Sinne euch noch einen schönen und bis zum nächsten Mal ich wünsche euch was ciao